so hallo leute wir machen heute ein minecraft special wir sagen mal also ich werde es jetzt planen also let's play minecraft special sagen wir es mal so und wir sind wir haben jetzt monster an haben uns gut ausgerüstet und gehen jetzt mal in eine höhle wenn wir eine finden aber ich würde nicht in die hier gehen die ist doof gehen wir jetzt weiter zurück irgendwo jetzt habe ich so ein minecart ach das brauchen wir eh hast du ein minecart das was weiter liegen immer geradeaus erst mal bis zur nächsten kreuzung ja dann kann man ja auch mal ein kleines let's show machen aber das werdet ihr noch alles ausführlich im nächsten let's show sehen die welt lädt ein bisschen langsam ja bei mir auch aber immer kurz vor mir lädt die welt erst zu ende egal irgendwo habe ich ein skelett gehört warte ich mache die musik mal ein bisschen leiser so auf 14 dann hat man sie leise im hintergrund so evil chicken stimmt fleisch müssen wir auch noch mitnehmen keine ahnung komm mal hier erst mal darüber dass es den kisten da könnte vielleicht noch fleisch drin sollen wir mal glück haben zu viel daten fokus ausgerüstet ja aber ich hab total vergessen fleisch zu nehmen hm ne scheiß dran ähm ne rüstung haben wir auch nicht egal wir suchen uns jetzt irgendwo was wir gehen nach da hinten in richtung dummes haus folgen wir erstmal den schienen wuff das ist ein hund ist er mir gefolgt oder oder gehört der mir gar nicht ich glaube der gehört mir gar nicht oder keine ahnung sehe ich nicht entweder bin ich blind oder doch er hat eins komm hier hoch komm hier hoch und sitz hm reagiert nicht hm sitz hier hoch erstmal wuuhh creeper renn ah what the fuck angriff renn lauf 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 ich greife ihn von hinten an oh noch mehr püpper das ist schlecht naja ho hund ach skelette 1 Zwei. Auf dem Berg. Und Zombies. Du wurdest angegriffen. Und Spinnen. Alten. Wow. Alten. Alten. Fick dich. Hund. Danke. Da unten ist das. Was? Hier ist dieses scheiß Skelett. Kommst du mich? Ich hab' ein Loch bekommen. Ah. Das scheiß Vieh mobbt mich. Ja. Sehr schlau, Alex. Warte doch erstmal, bis ich da bin. Ja, was? Ich hab' mit. Ich hab' Kira-Tropos. Ich hab' mit dem Richtigkeit. Ich hab' mit dem Richtigkeit. Immer mal durch die Erde buddeln. Irgendwann werden wir schon ne Höhle finden. Ey. 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 Und, du springst hier nicht runter. Oh fuck. Dummer Hund. Bleib da sitzen. Ich glaub's nicht, der ist la... Ah, reicht. Halbes Herz. Wir sollten vielleicht nicht beide auf einer Seite buddeln. Jetzt fliegen wir hier noch beide in Lava. Unter mir ist nichts. Gravit. Ey. Ey. Junge, nicht so schnell. Es ist echt dunkel. Es ist dunkel. Ich nehm. Mach dir da nicht an die Seite, wo ich mich langbuddel. Ich hab' ne Spinne gehört. Ich hab' ne Spinne gehört. Und Wasser. Budden wir hier mal rum. Wurd. Ist das Wasser gewesen? Ich bin hier, hier, hier. Hier, hier. Oh Gott. Ähm. Lass mich mal... Oder mach' mal Licht. Irgendwie. Dass wir da ordentlich runter kommen. Siehst du irgendwas? Warte, ich mach mal weg Verdammt Ich hör die Spinne Ich geh mal voraus Hier ist schonmal nichts Alten, du bist so laut bei mir Ich bin laut Ich hab Gold gefunden, das ist ein bisschen nicht Ich war jetzt Wasser pro Stunde, ne Da ist voll viel Gold Und Eisen Wasser weg Wasser weg Eisen Gold Gold Hier ist ganz viel Gold Und ich weiß nicht, was ich weiß nicht Da ist nix Da unten auch nicht Ich würd mal sagen, dann gehen wir weiter nach oben Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ja, bis wir endlich mal eine richtige Höhle gefunden haben, könnte es noch ein wenig dauern. Wenig. Alles nehm ich. Ha. Seltsam. Oh, ich hab ein halbes Herz. Was machst du da? Ich hab kein Fleisch. Ich hab kein Fleisch. Der Silken auf der Höhe bleiben. Der Masse kommt. Wo? Komm her. Da drücken. Hä? Da ist nichts. Noch ein bisschen weiter raus. Nicht hier irgendwie über uns oder unter uns? Und hier war es nicht so. Es ist nur eine Brunne. Da haben wir die Ecke von einem Fix-Best. Nettfall. Und wir sind nur am Leben. Wo ist denn da was? Du hast die Rausformaschinen. Ich seh da nen Pfeil hängen. Ich will da gar nicht rein. Der wird nicht hierher. Oder echt? Du, da liegt mehr ab. Eisen. Oh, das war ne Focke. Eisen. Ich hab da was gesehen. Geh da mal weg. Wenn ich das Skelett triff, bist du tot. Und ich will das Eisen haben. Wie kann ich jetzt hier mal? Oh mein Gott! Holy Shit! Alter! Ich mach da ne Focke hin und da ist jetzt genau ne Spinne über mir! Guck dir das mal an! Woah! Alex! Wenn die gleich auf dich runterfällt, ne? Du bist ja ne ganz böse Spinne. Woah! Woah! Die ist sogar auf mich drunter gesprungen! Die hat mich nur nicht angegriffen, weil ich Licht gemacht hab! Alter geht das da hoch! Alter! Alter! Ja! Ja! Ich bin ich! Boah! Shit! Guck dir, äh, guck dir's an! Töne! Das war's für heute. ach du scheiße Alex ich sehe den Dings immer noch nicht ja das Ende die Decke h und wo sind deine Sachen soll ich dich zu mir porten ich wurde angeschrieben ich wurde schon wieder angeschrieben wow creeper fuck off ich bin tot naja das war es erstmal von unserem kleinen Let's Show Teil 1 wir werden wahrscheinlich später wieder in die Höhle gehen in dem anderen Teil aber naja bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal